Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, die Sims Suchtis. Ja, es ist das vorletzte Türchen von meinem Adventskalender geöffnet und ich habe heute eine kleine Aufgabe für euch. Es geht heute darum, gesucht wird das DSS Christkind 2017, eben sprich das DSS Suchtis Christkind 2017, unter dem Hashtag eben DSS Christkind 2017 solltet ihr das auch wieder nach oben laden in die Galerie. Meine Sims Nachbarschaften suchen eben das Christkind und ich habe mir gedacht, wir machen daraus eine Art kleiner Wettbewerb. Also ich habe dann eben vor, die Einsendungen, die reinkommen, eben alle runterzuladen, auf ein Grundstück zu setzen und ja, wir schauen uns da dann in einem Video eben alle an und unten über die Kommentare wählen wir dann das DSS Christkind 2017 und ja, es wird dann eben auch einen Gewinner geben. Also für euch ist jetzt die Aufgabe, kreiert eine Person, die das Christkind 2017 symbolisiert für eure Nachbarschaften. Ja, das wäre die Aufgabe für heute. Das Video habe ich vor, zwischen dem letzten Feiertag, also dem zweiten Feiertag zu machen und neuer, irgendwann dazwischen, ich weiß nicht, 28, 29, so in den Dreh, also bis dahin sollten die fertig sein, vielleicht 28. sollten wir da mal festhalten und ja, dass ich dann das Gewinner-Video oder das Wahl-Video erst mal mache und wir dann dort eben unten über die Kommentare einen Gewinner wählen. Das war meine Vorstellung, wie ich so davon hatte. Ich hoffe, es finden sich jetzt einige, die da noch Lust haben mitzumachen. Das ist ja nur ein ganz kurzes, kleines Spielchen. Den Hashtag gebe ich direkt nochmal unten in die Leiste ein, dass ihr da nachgucken könnt. Und ja, ich hoffe, das funktioniert dann auch in der Galerie alles so, wie ich mir das vorstelle. Und ja, ansonsten möchte ich noch darauf hin, es gibt morgen noch ein Türchen und morgen ist etwas ganz Besonderes da drinnen. Und es lohnt sich auch, wenn eure Zeit knapp ist, mal ganz kurz reinzuschauen. Ja, dann sage ich auch schon Tschüss und ja, ich hoffe, wir hören uns morgen wieder.